Hallo Leute, hier ist wieder eure Shiny Breeder J-Chan und es geht weiter mit Let's Play Together Donkey Kong 64 Und wieder mit dabei ist natürlich der Ich bitte, Becky So, und er hat mir gesagt, ich soll mal auf dem Leuchtturm nachgucken Ich meine, mich zu erinnern, dass es wirklich ein Musikschalter war Ja Oh, da unten sind noch blaue Bananen Hast du die vergessen? Dann sollten wir die mitnehmen Nein, jetzt gehe ich erst als Didi da oben hoch Oh, komm Didi Wie ich mir dachte, da ist ein Musikschalter Dann spiel mal ein bisschen Gitarre Didi, du rockst Oh, yeah Da war ich schon, glaube ich Passiert nix Ist das nicht da, wo du das Schiff reingeholt hast? Ja Es ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr Auf jeden Fall ist das Schiff neu Ich war da schon drauf Oder du Kleinen Moment mal, Leute Ich weiß nicht, wer von uns das Mitte im Leuchtturm war Ganz oben drauf Tja, ja Irgendwie Ist das Sich das wohl Irgendwie Geben Keine Ahnung Es war keiner Es war keiner von uns Und es funktioniert einfach noch nicht Der Schalter kann auch sein Hat eigentlich schon die Gitarre? Sicher Ich hab das doch eben gemacht Aber da ist nix passiert Hm Komisch Ich glaub, das hab ich alles gemacht In dem Part halt Nachdem du den Leuchtturm gemacht hast Weil ich glaube, ich war auf dem Schiff schon drauf Weil irgendwer hat den Didi-Schalter gedrückt Und ich glaube, das war ich Sehr strange Das kommt davon Wenn man lange keinen Part macht Man vergisst es einfach Ja Ich glaub, ich muss mit Chunky da nochmal drauf Wenn ich denn noch nicht drauf war Oh, Chunky Oh, wow Er hat's geschafft Äh, nein Hier war ich noch nicht Er wird gleich ein bisschen seekrank Es sieht aus, als ob er besoffen wär Ja Au Kanonen schießen auf mich Hilfe Au Tja, Kanonen sind schmerzhaft Ja Auch für Affen Hey, Rule In Didi kommt Country 2 Als Endboss Oh Ich mach hier grad so Fässer kaputt Ist da Alkohol drin Oder warum ist der gleich besoffen? Boah, ja Es schwimmt ihm schon Ja Und die Steuerung ist umgekehrt Ach, toll Scheiße Ich will die Münze da haben Ach, leck mich doch am Arsch hier Ja, wie das gerade aussieht, ey Das Und dann jetzt noch durch dieses Kugelhagel da Oh Ich weiß bloß noch, dass du den Endboss bekomm Endboss haben wolltest Ja Ey, ich komm hier gleich nicht lebend raus Wo bin ich? Hilfe Ich bin gleich sowas von tot Komm, Chunky, du schaffst Ja, das kann schnell mal passieren bei dem Spiel Ich spiel niemals mit einem besoffenen Affen LOL Hattest du die Bananen eingesammelt, als du als On Guard rumgeschwommen bist? Du hattest die Kisten kaputt gemacht, aber die Bananen hast du, glaube ich, nicht eingesammelt Ja, genau Meine Rede Ich mach's Also ich kann mich erinnern, dass wir das mit den Perlen gemacht haben Ich meine aber die Schatz Mit der Melmfrau Am Meeresgrund Erst schon mal eine Banane, die ich einsammeln kann Am Eingang des Tors noch zu Da ist eine Blaupause drin Und ganz viele Bananen Ein Bündel Bananen war in einer Schattestuhr Und du hast die Banane nicht eingesammelt Freund Ich glaub, ich hab ganz schön viel Zeit verbracht, allein schon im Leuchtturm nach oben zu kommen Das weiß ich noch Du hast ne goldene Banane vergessen Was ist hier unten? Nix So, und da ist noch ein Kreis aus grünen Bananen Dann kann ich hier, glaube ich, erstmal vom Leuchtturm abhauen Ach, was mach ich denn? Ich wollte doch Chunky Ich weiß gar nicht, mit wem ich noch nicht im Schiffswrack war Oh, Chunky Kann doch nicht so schwer sein Eine Banane vom Meeresgrund aufzuheben Anscheinend doch Ja, schimpfen darf ich nicht Ich hab schon Ärger gekriegt, weil ich Yoshi ein Arschloch genannt hab Na toll Ey, der nimmt diese Banane hier nicht Ach doch Ich dachte schon Mit dir schlieb ich nicht weiter Du bist Nein, ich Doof Ich wollte gerade schon ein anderes Wort benutzen Jetzt werde ich erstmal gucken, wer noch nicht im Schiffswrack war Und was ist das? Noch ein Schiffswrack Scheint so ein Geschiffswrack dazu geben mir Ich weiß nicht mal, ob ich da schon drin war Sollte mir, bevor ich einen neuen Part mache, vielleicht vorher die Videos nochmal ansehen Aber wie ich jetzt hier sehen kann, war ich hier noch nicht drin Würdest du dich im Urlaub trauen, in so einen Schiffswrack da rein zu schwimmen? Nee Ich auch nicht Selbst wenn es hell erleuchtet wäre Also wenn es nicht dunkel wäre Würdest du dich trotzdem da nicht reintrauen Ich baller hier alles ab Ha, das war einfach Ich baller auf alles drauf Und hoffe, dass ich was treffe Das ist gut Wir haben 92 Bananen Äh, ja, Kamera? Ja, die Kamera schwackt manchmal ein bisschen rum in dem Spiel Ja, die Kamera ist eh immer schuld Es ist auch gerne mal die Kamera bei Banjo-Kazooie Nein, 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 es ist immer die Kamera, immer Wenn du einen Schuldigen suchst, also einen Sündenbock, dann sag einfach, es ist die Kamera Passt immer Ja, das Spielchen kenne ich von Mario Sunshine Das ist auch gerne mal die Kamera Das ist auch gerne mal die Kamera Das ist auch gerne mal die Kamera Aber, aber ja, er schwirrt über dem Wasser Oh Woher weißt du das? Da war ich vielleicht gerade auch Und warum schießt du ihn denn nicht ab? Ich weiß gar nicht mehr, womit ich mich beschäftigt hab, die letzten Parts Wichtig ist, dass du es nicht vergisst Denk dran Der Schatz Ja Ja Jetzt habe ich gerade überhaupt nicht aufgepasst, wo ich eigentlich hin muss Ich schwimme einfach mal drauf los Das sind die Schalter für dieses Schiffswrack Ja, ich bin richtig Wie gesagt, für die Endbosse brauchst du jetzt jedes Mal mehr Bananen Yay, ich bin wieder on guard Unser Freund, der Schwertfisch Ein treuer Helfer in Donkey Kong Ich weiß noch, in Donkey Kong Country 2 war das glaube ich Ich mit der Schlange da bin da hoch gehüpft und hab erstmal diesen fetten Klotz da gerammt Und ich so, ups und du und du so, ich glaube da oben stand jemand Jaaaa Nicht so, ups So, mit dem Pleitegeier Ach du mit deinem Geierfreunde Mit dem bösen F-Wort Ja Ja Hier sind nur Münzen drin Aber die werden wir auch brauchen, für die Tränke Weil Cranky, dieser alte Geizkragen, der verlangt immer mehr für seine Tränke. Tja, die Musikinstrumente können wir auch upgraden. Die Munition auch. Und die Wassermelone. Kriegen wir auch, glaube ich, noch eine. Viel zu tun. Auf für den nächsten Part. Ja, hier geht's. Das hier kann ich noch nicht machen. Dafür muss erstmal der Seehund befreit werden. Ah, wo ist denn dieses Plattform-Ding mit den ganzen Musikschaltern? Ich muss wissen, ob ich den Wasserstand noch ändern muss. Ah, hier war das, glaube ich. Weil auf manche Platten kommst du erst drauf, wenn das Wasser halt nicht mehr drauf ist. Warst du schon bei Snide mit Donkey Kong drin? Ich muss eh... Da gibt's ne Rollenbanane. Wo ist Snide? Können wir doch zum Schluss machen, wenn jeder ne blaue Pause hat. Ja. Der Fakt ist, ich muss erstmal den Wasserstand ändern. Dann musst du halt... Nicht im Bereich vom Leuchtturm, sondern im anderen Bereich. Ich muss dann halt diesen Plattform-Dingsbums da gehen, das aussieht wie so ein Kaktus. Da musst du halt die restlichen Musikschalter machen. Ich glaube, Diddy muss noch und noch irgendwer. Das hier hat auch noch keiner gemacht. Aber der Wasserstand muss erst gerne... Ich verlaufe mich hier, obwohl da dick und fett Lighthouse steht. Sogar noch ausgeschildert, für die ganz Doven. Da erhöht sich der Wasserstand. Wo ist der andere Schalter dafür? Da. Denk dran, ich hab das Wasser jetzt ein bisschen runter gemacht, ne? Du kannst es beim Leuchtturm ändern, wenn du's brauchst. Okay. Aus dem Weg zum... Nee, nicht zum Leuchtturm, zu dem anderen Bereich. Da war ja ein Schalter für Lenky und einer für Tiny, ne? Wo dieser Typ da mit der Keule rumläuft. Wo es halt zum anderen Bereich geht. Die beiden Schalter hab ich schon gemacht. Die brauchst du nicht mehr machen. Okay. So, ich mach dich mal zu Diddy und stell dich direkt zu diesem Plattformteil. Denn die 20 Minuten sind jetzt rum. Und damit ist der Part auch schon wieder... ...vorbei. Ja. So, wer muss denn noch? Oh, Diddy! Und Lenky. Nee, Lenky hat doch. Doch, Lenky. Ich verwechsel immer die Posaune mit dem Saxophon. Also, Diddy noch und Lenky. Auf Lenkys Musikschalter sind halt blaue Bananen. Deswegen wirst du es erkennen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Und am nächsten Mal... Ja. ...macht Wacky dann weiter mit den Musikschaltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschau.